So, das ist Amateurfunk auf Kurzwelle, abends, Sommerzeit, halb zwölf, mit dem PCR-1000 von Icon, auf, wie gesagt, Kurzwelle zwischen 7000 und 7200 kHz auf LSB, also Lower Sideband, und da kann man die schmalste Filterbreite nehmen von 2,8 kHz. Und mal weiter gucken. Das ist 9A7 Radio, 9A7 Radio, calling 40. Die鉄cidos Marc sind 506, K Mountногоbum, auf und tandem in 49, gesprochen Schritte, Einf its end colors in皮ord wie die copysisch soffür U-R-S-A-A-S-H-A-S-Teoul-X. Vieruch EU diesem Dank ist egal, durch dieses DF-1-B chain ist ein Teil der Auslandpaken! Suzydania, 9α7 Radio, QSM also der spricht auch russisch AGC Noise Blanca Das ist ein Schweizer würde ich mal sagen Das ist ein Schweizer 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 für Windows und für Linux. Ich weiß nicht genau ob es auch für Mac geht. FL Digi kostet gar nichts. Kann man auch Wetterfaxe mit empfangen und alle möglichen kodierten Radiosignale. Ich weiß nicht, dass du ein bisschen mehr Böse vergütet. Ich weiß nicht, dass du das ganze Zeit hast. Ich weiß nicht, dass du ein wenigstens für Jahr und 20er Tag. Ich weiß nicht, dass du es auch für Mac. Ich weiß nicht, dass du es auch für Mac. Ich weiß nicht, dass du es auch für Mac. Du hast es auch für Mac. Untertitelung des ZDF, 2020